Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Der letzte Raid auf Woods war ein bisschen wild, vor allem am Ende. Man könnte auch sagen, ich war unvorbereitet und vielleicht ein bisschen dumm. Jedenfalls habe ich es überlebt, es hat geklappt. Ich habe noch eine Quest auf Ground Zero, da gehen wir jetzt hin und schauen wir mal, wie es läuft. So, Ground Zero, oh ja, nachmittags, passt. Die Sachen natürlich versichern noch, ich habe hier wieder die HK416A5 dabei und ich denke, die Munition sollte reichen. Ich habe zum Glück auf Woods welche gefunden. Und ja, let's go, Suche. Los geht's. Zuerst einmal das hier tun, weil ich nämlich vergessen habe, dieses Mac ganz voll zu laden. So. Okay, ich bin... Wo bin ich? Ist das dieselbe Ecke wie vorhin? Ja, ich glaube, das ist dieselbe Ecke wie vorhin, ja. Also, in der vorletzten Aufnahme. Dieselbe Ecke wie in der vorletzten Aufnahme. Ich merke gerade, dass ich etwas unvorsichtig bin, weil die letzten beiden Raids so gut gelaufen sind. Ich muss in den Schnaps laden und auf dem Weg dahin Scavs erledigen und schauen, was die so dabei haben. Ein paar Streichhölzer nehme ich. Ah, welche Kippen brauche ich denn? Weiß ich gar nicht. Kabel könnte ich brauchen. Elektrik brauche ich, glaube ich, nicht. Oh, hier ist ja eine Kiste drunter. Cool. Holzkiste. Naja, die BP ist, glaube ich, nicht schlecht. Nichts. 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 Mein Gott. Das hat zu lange gebraucht für meinen Geschmack. Die Blink-Steps Keine Ahnung Hm Ich sehe ihn nicht Da Wow, Alter, okay Mal kurz einen Meter weglaufen Die sind noch unten, ne? und dann und dann und dann und dann und dann Ja, ihr Skeffs Da unten sind zwei PMCs Warum schießt ihr nicht auf die? Das ist jetzt Mist Irgendwo da unten sitzt einer drin Wo ich sehe ihn nicht Was will ich bei euch ein dominieren? Was ist das egal? Was ist das egal? Was ist das egal? Was ist das egal? Okay, wie mache ich das jetzt? Hm. Ich sehe sie nicht. Ich glaube, sie haben mittlerweile gegen Skews gekämpft gerade. Ich sehe sie nicht. Hm. Ich sehe sie nicht. Aber ich kann es nicht ausmachen, wo. Das gibt es doch nicht. Wo sind die? Wenn ich jetzt einfach runter... Ja. Wo seid ihr Nasen? Da war einer. Wo sind denn die PMCs hin, die hier waren? Da waren doch PMCs, oder bin ich doof? Ich dachte hier im Gebüsch irgendwo. Na gut. Dann halt nicht. Ich... Keine Ahnung, wo die hin sind. Ist das der Schnapsladen? Nein. Nein. ZDF ist das der Schnapsläge. Ich habe das nicht. Also, die sind zu sein. Das ist der Nächte. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe, die sind zu sein. Ey, sag mal, der erste war sowas von Headshot. Okay. 15 Minuten, bin gerade ein bisschen aufgeregt, entschuldigt, wenn ich ein bisschen wenig rede, sehr konzentriert, so, ja, okay, erstmal hochheilen, Munition auffüllen und dann gehen wir nochmal da rein, okay. Da wurde ja auch gerade der vorhin der Helm nicht gerendert von dem Kumpel, dem einen. Als er näher kam, hat er ja dann plötzlich einen Helm auf. So, wo sei die E-Nasen? Enten ist richtig viel los. Hier muss noch ein PMC irgendwo sein. Okay. Okay. Ich habe es mit dem Zettel gesucht, Oh, was? MP5 Will den Schalldämpfer haben Und das Scope Und den Griff vielleicht Ich muss weiter Hier müsste der PMC ja noch irgendwo rumstreunern, oder? Wer hat auf mich geschossen? Ich sehe ihn nicht Mal wieder Muss da rüber Da ist der Schnapsladen Ich gehe hinten rum Bisschen aufpassen Hier können auch überall welche sein Check das mal von hier oben kurz Sieht gut aus Ich muss mich aber auf jeden Fall sputen Muss den Schnapsladen finden Und dann Noch eine Pulle Wein looten Oh Hat der mich erschreckt Steht er da einfach 5 Meter vor mir Hinter dem Zaun Holy Regen Regen Ich hasse Regen Was hast du für eine Waffe? Mosin So, Schnapsladen Wo ist die Pulle Wein, die ich brauche? Wahrscheinlich von da hinten Oder? So eine? Das ist Wodka Kein Wein Kurz mal in die Aufgaben gucken Finde die Weinflasche im Geschäft Uff Wodka 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 Hier gibt es ja nur eine Welche fucking Weinflasche ist es? Oh Gott Ich hätte mir das vorher mal anschauen sollen Nimm irgendeine Hier sind so viele Shit Kann mir natürlich auch niemand jetzt gerade irgendwie helfen Kurz Ich weiß nicht Die sehen alle gleich aus Sechs Minuten Ich weiß nicht Es ist Ich weiß nicht Das ist Ist hier hinten noch Geschäft? Dass die vielleicht hier hinten irgendwo ist? Nee. Da auf keinen Fall. Das muss hier vorne sein. Es muss hier irgendwo sein. Du, 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 du. Du? Nee. Wodka? Nee. Wodka will ich nicht. Also ich nehme ihn mit, aber... Du? Du? Nee, auch nicht. Welche verfluchte Weinflasche ist es? Fünf Minuten. hier vorne eine jetzt geht mir dann auch langsam die munition aus das gibt es doch nicht hier gibt es keine verdammte weinflasche und wer schießt hier wieder auf mich verdammt da wollte ich ihn zu sehr da dachte ich krieg ihn da dachte ich krieg ihn er hat mich erwischt erwischt sergey alchemist wait irgendwann zwischendrin habe ich mal einen bär gekillt dachte ich hätte nur zwei pmc getötet na gut drei pmc insgesamt 14 kills exakt 1000 schaden am körper verursacht ok alles klar let's go und ein bisschen level gemacht youtube vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal tschüss haut rein rein auf